So, dann hast du die. Nee, ich pass hier nicht die rein. Nein, den Rest ist mir ein bisschen zu eng. Das heißt, die hoch. Genau, hier, warte mal. Ich zieh dich selbst. So. 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 Ich muss erst mal meine Handschuhe rein. Ja, gut. Ich hab gesagt, ich fang vorbei. Schleller Tag. Wenn man so steht. Ich bin guter Dinge. Ich bin heiß. Ich bin heiß. Ich bin heiß. Ich bin heiß. Max Helle, du bist gerade auf der Schulsektorin, ne? Ja. Dann herzlich willkommen für das Outdoor Spring. Naja, heute nicht. Da noch mal. Du bist hier also diese 16er schon mal runtergesprungen. Wie weit? Auf der nächsten Minute. Ich bin heiß. Ich bin heiß. Ich bin heiß. Ich bin heiß. Du hast motiviert und in Ordnung. Du, doch, jetzt. Sieht hier relativ überschaubar aus. Ich glaube, das ist machbar. Wenn... Nein! Ey! Ey! Ähm... Die Anfangsbahn schief ich. Die Richtung stimmt nicht? Ja. Ähm... Achtung... Ein bisschen... War okay. Aber... Das bin ich schon rum. Aber bloß, die Aussage war nicht sehr... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4, 5, 6, 8, 9, 10 Ja man! Untertitelung des ZDF, 2020